Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu einer Geschäftspräsentation von Jeunesse Global. Mein Name ist Daniel Feier und ich freue mich Ihnen hier in den nächsten 30 bis 35 Minuten alle Informationen zu Jeunesse geben zu können, sodass Sie für sich heute eine positive und produktive Entscheidung treffen können. Ja, Jeunesse ist gegründet worden von dem Unternehmer-Ehepaar Randy Ray und Wendy Lewis. Randy und Wendy waren bereits vor Jeunesse sehr erfolgreich. Und das ist eine der Geschichten, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde, wenn wir uns die Gründung von Jeunesse anschauen. Die meisten Unternehmen werden gegründet aus der Notwendigkeit aus oder aus der Idee heraus, irgendwie Geld zu verdienen. Aber ich habe selber die Möglichkeit gehabt, mit Randy und Wendy essen zu gehen, sehr, sehr ausführlich, über drei Stunden. Wir waren im Atmosphere-Restaurant an der Spitze des Burj Khalifa in Dubai, im höchsten Gebäude der Welt. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, das Herz von Randy und Wendy kennenzulernen. Und Randy und Wendy haben davon erzählt, wie sie rückblickend auf ihr Leben schauen und sagen, wow, jeder Erfolg, den wir hatten in unserem Leben, hat was mit Teamleistung zu tun gehabt. Das war nie wir alleine. Es waren immer großartige Menschen, die dafür gesorgt haben. Das heißt, wenn wir jetzt, wo wir das Alter von 70 Jahren überschritten haben, in Unternehmen gründen oder über Unternehmen an den Markt bringen, dann kann es nur ein Ziel haben. Es muss A, eine Legacy Company werden, also eine Company, die über Generationen weise gegeben werden kann. B, es muss eine Firma sein, die anderen Menschen hilft, Teamwork unterstützt und supportet und Gelegenheiten gibt. Und C, es muss etwas Bedeutsames sein. Und Randy sagte, Mensch, was ist bedeutsam, wenn du wirklich zurückschaust? Und es ist bedeutsam, wie du dich fühlst. Und es ist bedeutsam, wie du aussiehst und welche Gesundheit du hast. Und aus diesen Gründen, mit diesen Hintergründen, mit diesem Mindset wurde Jeunesse gestartet. Aber es war nicht, bevor Jeunesse gestartet werden konnte, bevor Randy und Wendy das erste Produkt kennengelernt haben. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchte. Randy hatte Knieprobleme. Und alle haben gesagt, Randy, du brauchst eine OP, du musst ein künstliches Kniegelenk einsetzen lassen. Aber Randy wollte das nicht. Und so wurde er weiter empfohlen zu einem Arzt, Dr. Nathan Newman. Dr. Nathan Newman, wenn Sie den mal googeln, dann finden Sie eine Klinik Plastische Chirurgie in Beverly Hills. Und Sie finden, dass Dr. Nathan Newman weltweit führend ist im Bereich der Stammzellentechnologie. Dr. Nathan Newman ist bekannt für eine Prozedur mit dem Namen Stem Cell Lift, wo er aus dem menschlichen Fettgewebe Stammzellen extrahiert und diese Stammzellen wieder injiziert in den Körper der Patienten oder in Problembereiche, um entsprechend den Körper nachzubilden oder wieder aufzubauen. Zum Beispiel nach Unfällen oder nach OPs oder nach sonstigem. Und das Spannende ist, dass der menschliche Körper aus zwischen 60 und 100 Billionen Zellen besteht und jede Zelle in ihrem Körper eine komplette DNA vorweist. Und in dieser DNA ist der komplette Bauplan für ihren Körper drin. Das heißt, Stammzellen, die ja auch diese DNA haben, sind sozusagen intelligente Zellen. Und die wissen ganz genau, was ihr Körper braucht und in welche Zelle die Stammzellen sich sozusagen umwandeln müssen, um im Körper die Reparaturarbeit durchzuführen. Und so hat Dr. Nathan Newman in seiner Klinik ein Serum entwickelt. Ein sogenanntes Cellular Rejuvenation Serum. Und dieses Serum, das war dort im Prinzip in der Klinik. Und Randy und Wendy haben das gesehen und Wendy hat sich das gekauft und hat das verwendet für einen Monat. Und sie hat halt zwei Stücke gekauft sogar, um genau zu sein. Und sie hat dieses Serum ausprobiert und sie hat innerhalb von wenigen Tagen, wenigen Wochen eine komplette Transformation ihrer Haut miterleben dürfen, wie ihre Haut viel, viel besser geworden ist. Und sie war so begeistert von diesem Serum, dass sie Dr. Nathan Newman angesprochen haben und gesagt haben, wie viele davon verkaufst du denn? Und seine Antwort waren, wir verkaufen ungefähr 40 von diesen Serums im Monat. Und zwar an die Patienten, die hier in der Klinik sind. Und Randy sagte in dem Moment, okay, hier ist der Deal. Du gibst uns die Formel und wir zeigen dir, wie man 40.000 davon im Monat verkauft. Denn, meine Damen und Herren, dass ich Ihnen noch nicht gesagt habe, Randy und Wendy waren nicht nur Inhaber und Veräucherer von weltweit erfolgreichen Medizingeräte-Companies und Programmierfirmen, die teilweise unter den Inc. 500, den schnellstwachsenden, privat geführten Unternehmen der USA gehört haben. Deshalb auch, was ich vorher meinte, komplette finanzielle Freiheit. Sondern auch, hatte Randy und Randy nicht nur ein Network-Marketing-Unternehmen, wo sie über 100 Millionen Umsatz gemacht haben und wirklich Erfahrung im internationalen Aufbau sammeln konnten, sondern sie hatten auch eine Programmier-Company, die seit über 20 Jahren nichts anderes gemacht hat, als Software für Network-Marketing-Firmen zur Verfügung zu stellen. Bedeutet, Randy und Wendy haben wirklich, wie man auf Englisch so schön sagt, the good, bad and the ugly gesehen. Das Gute, das Schlechte und das Schlimme, sozusagen. Was funktioniert, was nicht funktioniert, welche Systeme attraktiv sind, was sich dupliziert. Und das sind natürlich genau die Dinge, die uns heute hier zugute kommen. Und so wurde Genest gestartet 2009 in Orlando, Florida. Und in nur sechs Jahren hat sich dieses Unternehmen in mehr als 100 Länder entwickelt. Um exakt zu sein, haben wir heute Logistik in 132 verschiedene Länder. Wir haben 37 verschiedene Offices weltweit. Und von Anfang an war das Ziel von Randy und Wendy, ein Unternehmen aufzubauen, welches die beste Distributor-Experience ermöglicht. Also die beste Distributoren-Erfahrung. Schauen Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie sich heute entscheiden, hier bei Genest anzufangen, dann haben Sie ein Business für sich lokal, wo Sie arbeiten. Aber es ist halt nicht nur lokal, sondern es ist tatsächlich global. Sie können auch heute online Menschen in anderen Ländern eintragen. Und das Ganze nahezu global auf der ganzen Welt. Die Logistik ist unglaublich gut organisiert. Innerhalb von spätestens 48 Stunden haben Menschen weltweit ihre Produkte. Und das ist natürlich absolut großes Kino. Und täglich werden es mehr. Ja, damals ist Genest gestartet mit diesem Serum und hat dann im ersten Jahr über 30 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Für Wendy, die übrigens das Brain, das Gehirn hinter dem Unternehmen ist, die die ganze Mathematik, den ganzen Complan, die ganzen Berechnungen macht, war es übrigens sehr, sehr wichtig, einen möglichst einfachen Compensation-Plan zu gestalten, sodass jeder in der Lage ist, wirklich schnell die Möglichkeit zu haben, ein Team aufzubauen. Und deswegen gibt es bei Genest keinen Verkaufsdruck. Es gibt keine Mindestanzahl Kunden. Es gibt kein, 2000 Euro müssen monatlich umgesetzt werden, damit sie ihre Provision bekommen. Nein, für Randy und Wendy war folgende Sache wichtig. Sie wollten ein authentisches, ehrliches Business aufbauen. Und sie sagt, in dem Moment, wo jemand mein Produkt verwendet, ist er Teil von Genest, ist er Teil der Family und ist somit auch berechtigt, alle Provisionen zu verdienen. Und das, meine Damen und Herren, ist einzigartig. Das heißt auf Deutsch, die einzige monatliche Voraussetzung, und das nehme ich mal kurz vorweg, wir gehen nachher natürlich noch in den Compensation-Plan, Marketing-Plan genau rein. Das einzige Voraussetzung, die es gibt, ist es, dass sie monatlich ein Produkt beziehen. Bedeutet, wenn sie das Serum mögen und das Serum nutzen monatlich, haben sie alle Voraussetzungen erfüllt. Heute sind wir natürlich sechs Jahre später. Sechs Jahre später, 2015, 2016, hat uns jetzt erreicht. Und die ganze Kultur der Firma ist heute geworden Generation Young. Es geht darum, wie man sich fühlt, wie man aussieht und welche Gesundheit man haben kann, sodass man das Leben in vollen Zügen leben kann. Und wir sind heute ein Unternehmen, was extrem wissenschaftlich agiert. Wir haben nicht nur Dr. Nathan Newman heute exklusiv in unserem wissenschaftlichen Beirat, sondern noch viele weitere Top-Wissenschaftler, die hier an den nächsten wissenschaftlichen Durchbrüchen arbeiten. Und wir sind im Stand 2016 der aktuellen Forschung. Es geht um die Zellalterung. Das Ziel von Jeunesse ist es, ihre Zellen nicht nur zu verjüngen, sondern tatsächlich den Alterungsprozess umzukehren. So wie ist das möglich? Es gibt drei verschiedene Gründe für Alterung. Und zwar gibt es einmal, Sie sehen oben die DNA. Akkumulierung von DNA-Schäden, die entstehen durch freie Radikale, die entstehen durch entzündliche Prozesse, die entstehen durch zu viel Zucker. Und über die Jahre gibt es Schäden in unserer DNA, die für Alterungsprozess sorgen. Zweite Sache unten links, Stammzellen. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Stammzellen sind dafür da, um in ihrem Körper sämtliche Reparaturarbeiten durchzuführen. Aber die Stammzellen, der Pool an Stammzellen, wird immer kleiner, je älter sie werden. Und viel, viel weniger volatil, wie man sagt. Wenn Sie zum Beispiel mal ein kleines Kind anschauen, was an der Wand rennt und hat dann einen zum Beispiel blauen Fleck irgendwo an der Seite, dann ist dieser blaue Fleck nach zwei Tagen weg. Wenn Sie allerdings einen älteren Herrn sehen, der sich einen blauen Fleck zuzieht, dann ist der teilweise wochen da. Und genau das ist der Grund, warum Stammzellen sozusagen so wichtig sind und die Volatilität und die Aktivität der Stammzellen. Letzte Sache, Telomere unten rechts. Es geht hier um einen wissenschaftlichen Sensationsdurchbruch, einen Nobelpreis, welcher verliehen wurde für die Entdeckung und Wirkweise der Telomere. Telomere sind die Endstücke ihrer DNA, zeige Ihnen nachher ein Video dazu. Und wenn die kürzer werden, dann werden sie auf zellulärer Ebene älter. Und wir haben bei Jeunesse einen Weg, diese Telomere wieder nachwachsen zu lassen, sprich ihre DNA wieder aufzubauen. Klingt spannend, ist es auch. Ich war selber super skeptisch, als ich die Produkte von Jeunesse kennengelernt habe, weil es einfach wirklich starke Statements sind, die hier von der Company rüberkommen. Und ich muss sagen heute, ich bin so begeistert, es ist das Beste in meinem Leben, was mir passiert ist, diese Produkte, dieses Unternehmen kennenlernen zu dürfen. Ich möchte Ihnen das jetzt ein bisschen näher vorstellen. Wir sprechen von einem Jugendverbesserungssystem. Wir sprechen von Produkten, die alle synergistisch zusammenwirken. Und zwar gibt es eine komplette Reihe an Produkten, die entweder eins oder das andere machen. Nämlich entweder dafür sorgen, dass sie besser aussehen oder dafür sorgen, dass sie sich besser fühlen. Und meine Damen und Herren, das Verrückte an den Produkten ist, je mehr sie die benutzen, umso mehr wollen sie die benutzen. Und das ist natürlich eine absolut sensationelle Grundlage. Wir starten mit dem Luminis-Programm. Luminis ist unsere Stammzellen-Kosmetik. Stammzellen-Wirkstoff-Kosmetik sozusagen. Sie sehen auch hier zweitisch von links das Cellular Rejuvenation Serum, von dem ich eben schon gesprochen hatte. Aber es gibt natürlich bis heute eine komplette Erweiterung der Reihe. Wir haben mittlerweile eine Tagescreme, eine Nachtcreme. Wir haben einen Reiniger, eine Bodylotion und natürlich eine Maske, die einen direkten und sofort wirkenden Instant-Lifting-Effekt hat. Warum ist das entscheidend? Weil all diese Produkte, die sogenannten Peptide, der Stammzellen beinhalten und somit in ihrem Körper für dramatische Resultate sorgen. Aber ich habe Ihnen ein kleines Video hierzu vorbereitet. Schauen Sie sich das mal an. Ein Thema, das wirklich jeden betrifft. Was wäre aber, wenn es eine revolutionäre Lösung gäbe? Die Antwort? Stammzellen. Stammzellen sind im Grunde genommen unser Jungbrunnen. Sie erhalten die regenerativen und reparativen Fähigkeiten des Körpers. Während wir altern, zerfallen nach und nach alle Zellen des Körpers und müssen ersetzt werden. Und genau dies machen Stammzellen. Durch den Einsatz von Stammzellen konnte Genes einen speziellen Wachstumsfaktorenkomplex entwickeln, der uns nicht nur heilt, sondern auch den sichtbaren Alterungsprozess verlangsamt. Die besten Stammzellen für diesen Prozess findet man im Fettgewebe des Körpers. Mithilfe einer speziellen Spritze entnehmen Ärzte eine Mischung aus Fettgewebe und einer Gruppe gesunder Stammzellen. Im Labor werden schließlich mithilfe einer Zentrifuge die Stammzellen von den Fettzellen getrennt. Nun werden die Stammzellen in eine Petrischale gegeben und mit einer Nährlösung für ihr Wachstum versorgt. Während die Zellen wachsen, vermehren sie sich sehr schnell und füllen alle Lücken und Hohlräume auf. Ähnlich wie bei einem Wundheilungsprozess. Während dieser Phase setzen die Stammzellen ein chemisches Signal frei, welches auch als Wachstumsfaktor bekannt ist. Wachstumsfaktoren sind die Sprache der Zellen. Tausende von Zellen kommunizieren so miteinander und können dadurch eine enorm wichtige Funktion erfüllen, das Gewebe des Körpers zu reparieren und zu regenerieren. Wachstumsfaktoren sind die entscheidenden Inhaltsstoffe, die in diesen revolutionären Produkten zum Einsatz kommen. Das Unternehmen hinter dieser Technologie heißt Genes. Das hochmoderne Produkt ist Lumines. Die Stammzellentechnologie ist für die Medizin und die Kosmetikindustrie sehr wichtig, weil sie es uns ermöglicht, dem Körper genau die Wachstumsfaktoren und Signale zu geben, die er braucht, um sein Gewebe zu reparieren und zu regenerieren. Wenn Lumines auf die Haut aufgetragen wird, findet genau der Prozess statt, den die Stammzellen in der Petrischale durchlaufen. Die Wachstumsfaktoren in den Lumines-Produkten kommunizieren mit ihren Körperzellen. Das Ergebnis? Sie sehen jünger, gesünder und strahlender aus. Ja, absolut spannend hier wirklich zu sehen, was hier mit Technologie erreicht werden kann. Wie gesagt, sie finden über 200 verschiedene Wachstumsfaktoren aus Stammzellen in unseren Produkten. Das Serum hat natürlich die höchste Wirkstoffweise. Über 86% des Inhalts sind pure und reine Wachstumsfaktoren. Und sie erleben da tatsächlich innerhalb von Wochen eine komplette Transformation ihrer Haut. Ja, das sage nicht nur ich, sondern wir haben natürlich klinische, unabhängige Studien, mit denen wir hier gearbeitet haben im Bereich unserer Wirkstoffkosmetik. Und was für mich hier wirklich fantastisch ist, dass 100% aller Probanden sagen, dass sie das Produkt Freund und Familie weiterempfehlen würden. Und das ist natürlich spannend, weil das ist genau das, was wir machen und genau das, was Sie brauchen, um ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen. 87% haben gesagt, dass die Haut jünger ausgesehen hat. 87% haben gesagt, dass die Haut samtiger sich angefühlt hat und mehr Leuchtkraft gewinnt. Und 74% sagen, dass die Hautfestigkeit zugenommen hat. All diese Studien sind durchgeführt worden von ST&T Research. Es geht noch weiter und zwar gibt es klinische Ergebnisse, die wirklich innerhalb eines Computerscans beweisen, dass innerhalb von 56 Tagen 65% weniger tiefe Falten bei dieser Dame zum Beispiel zu sehen waren. Bei diesem Herrn 52% weniger feine Falten. Und wir haben noch viele, viele weitere Ergebnisse, die Sie hier sehen können. Die Bilder, die Sie hier auf dieser Folie sehen, sind übrigens keine Studienergebnisse, sind übrigens keine, ja, amerikanische Hochglanzpropaganda oder sowas, sondern sind Bilder von uns, von Leuten hier aus dem Team, aus Deutschland, die ja dankbarerweise diese Fotos zur Verfügung gestellt haben, die wir hier sozusagen mal aufnehmen konnten. Und schauen Sie sich einfach mal den Vorher-Nachher-Effekt an. Wenn Sie mehr sehen wollen, geben Sie bitte mal in Google ein, Genest Before and After und Sie finden Tausende an Bildern. Der Grund, warum dieses Unternehmen so explodiert, liegt daran, dass die Produkte funktionieren und das müssen Sie einfach selber mal ausprobieren. Ja, als Genest mit diesem Serum begonnen hat, ist es so, dass sie dann relativ schnell aber auch ein Produkt für innen, also zum Essen entwickeln wollten, weil jede seriöse Wirkung auf unsere Zellen sowohl von außen wie von innen funktionieren muss. Und es gibt einen Inhaltsstoff, von dem Randy und Wendy schon seit vielen, vielen Jahren ein Fan waren. Und dieser Inhaltsstoff nennt sich Resveratrol. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, aber Resveratrol ist sozusagen in den Traubenkernen enthalten und ist der Grund, warum Ihr Doktor zu Ihnen sagt, trinken Sie ein Glas Rotwein am Abend. Es ist gesund für das Herz-Kreislauf-System, für die Langlebigkeit. Es liegt natürlich nicht am Alkohol, meine Damen und Herren, sondern es liegt tatsächlich am Resveratrol, welches auch mittlerweile belegt durch Studien der Harvard-Universität sogenannte Langlebigkeits-Gene in Ihrem Körper aktiviert und dafür sorgt, dass viele, viele Prozesse im Körper effektiver und besser funktionieren. Es gibt viele Werbetexte und Werbeanzeigen, wo steht, werden Sie 120 Jahre alt und solche Geschichten und das wird oft auf das Resveratrol zurückgeführt. Sie können sich auch mal unter TED.com, unter dem TED-Talk von John Sinclair, mal den Resveratrol-Vortrag anhören und dann wissen Sie, warum Sie sich dieses Reserve hier intravenös legen sollten. Also ich trinke davon mindestens zwei oder drei am Tag, denn das ist wirklich absolut spannend, was hier passiert. Außerdem ist das Resveratrol nicht nur sehr hochdosiert hier drin verfügbar, es ist außerdem natürlich und es gibt weiterhin viele andere gesunden Dinge, die in diesem Produkt enthalten sind, wie zum Beispiel Aloe Vera, wie zum Beispiel Acai, die höchste antioxidative Dichte Frucht der Welt. Wir hatten vorhin ja schon über DNA-Schäden und deren Schutz gesprochen, wozu Sie eben diese Antioxidantien brauchen. Außerdem, Cherry ist mit drin, Dark Cherry, um eine hohe Vitaminanzahl zu bekommen und viele weitere Sachen, wie zum Beispiel Grün-Tee oder Pomegranate. Ich weiß gar nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt. Tut mir leid, ich lebe in Dubai und habe so ein bisschen meine deutsche Sprache ab und zu verloren, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Also Reserve ist wirklich so ein Vitalstoff-Cocktail, sehr bequem. Sie nehmen das mit, Sie können das teilen. Sie können es in Ihrer Handtasche haben. Völlig egal, absolutes, sensationell gutes Produkt. Schmeckt mir persönlich übrigens am besten auf dem Kühlschrank. Versuchen Sie es mal, ist absolut lecker. Ja, das nächste Produkt ist Finiti. Und jetzt gehen wir wirklich in diesen wissenschaftlichen DNA-Bereich rein. Ich habe Ihnen vorhin schon von dem Nobelpreis erzählt, der sich mit den Telomeren beschäftigt. Und ich habe Ihnen auch hier mal ein Video mitgebracht. Schauen Sie sich das Produkt mal näher an. Nobelpreis-basierte Forschung macht eine bahnbrechende Entdeckung zum Thema Altern. Die Antwort kann vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen werden und ist etwas, das Telomere genannt wird. Telomere bestehen aus repetitiven DNA-Sequenzen, die zu den Schutzkappen am Ende unserer Chromosomen werden. Ihre Aufgabe ist es, die DNA zu schützen. Bei unserer Geburt sind die Telomere lang. Aber im Laufe der Zeit werden sie kürzer und kürzer. Tatsächlich werden sie so kurz, dass unsere Telomere ausfranzen. Ähnlich wie das Ende eines Schnürsenkels, bei dem die Schutzkappe fehlt. Und so nimmt die Zellalterung ihren Lauf. Wenn Telomere zu kurz werden, können unsere Zellen ihre zentrale Funktion nicht länger ausführen. Sie fangen an, sich selbst zu zerstören und starben schließlich ab. Wissenschaftler nennen diesen Prozess Apoptose. Absterbende Zellen sind eine Sache. Aber wenn Zellen einfach aufhören zu funktionieren, können sie gefährliche freie Radikale und entzündliche Moleküle freigeben, die benachbarte Zellen angreifen. Wie können wir also diesen Zellalterungsprozess bekämpfen? Es gibt einen Nährstoff, der erwiesenermaßen auf natürliche Art und Weise die Enzyme anregt, die für die Verlängerung der Telomere zuständig sind und so unseren Zellen ein längeres, gesundes Leben ermöglicht. Tausende von Studien haben den Zusammenhang zwischen kurzen Telomeren und dem natürlichen Zellalterungsprozess belegt. Aber noch viel faszinierender ist, dass es sich hier um die einzige der Menschheit bekannte Substanz mit diesen Fähigkeiten handelt. Machen Sie sich bereit für die Zukunft. Zellulirus-Altern hat ein Ende. Zellulirus-Altern hat ein Ende. Ja, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was hier möglich ist. Und wir haben einen Inhaltsstoff in diesem Produkt, der nennt sich TA65 und das ist absolut exklusiv erhältlich im Network Marketing, nur über GNS. Gehen wir weiter zu meinem Lieblingsprodukt, AM-PM. Und jetzt dürfen Sie mal raten, wann man das nimmt, morgens und abends ganz genau. Und AM-PM ist wirklich ein Produkt der absoluten Sonderklasse. Wir haben hier einen Wissenschaftler mit dem Namen Dr. Vincent Gianpapa. Und er wurde nominiert zweimal zu einem Medizin-Nobelpreis aufgrund seiner Forschungen im Anti-Aging-Bereich. Wir haben in AM-PM über zwölf Jahre Forschung mit über sechs Millionen Dollar Investment. Am-PM enthält hunderte von Inhaltsstoffen und Sie müssen tatsächlich das Label aufdrehen, einmal komplett um die Dose herum, um sämtliche Inhaltsstoffe lesen zu können. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, egal was Sie jemals gehört haben, was gesund ist in Ihrem Körper, ob das Mineralien sind, ob das Vitamine sind, ob das Antioxidantien sind, ob das Algen sind zur Entgiftung, ob das Guarana ist, ob das Probiotics sind, Sie werden alles in AM-PM finden. Ich sage Menschen immer, wenn du Nahrungsergänzungen verwendest, dann nimmst du zu Ende und danach benutzt AM-PM und das war's. Aber das Gute ist, dass AM-PM noch viel, viel mehr macht. Es hat Forschungen aus dem Bereich der Epigenetik, sprich wir reden über Optimierung von ihrem Genplan, ihrem Körper, der dafür sorgt, wie ihre Zellen funktionieren. Es geht um Regulierung des Biorhythmus, dass wenn sie wach sein wollen, sie auch wirklich wach sind und glauben sie, AM gibt ihnen Energie ohne Ende und PM sorgt dafür, dass wenn sie schlafen wollen, sie auch tatsächlich schlafen und dass alle Zellen die Möglichkeit haben, wirklich in den Tiefschlaf zu kommen. Bitte verstehen Sie nicht falsch, AM-PM ist kein Medikament. AM-PM besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen, aber gibt ihnen hunderte von Nährstoffen, um in ihrem Körper sämtliche biochemischen Prozesse ideal zu unterstützen. AM-PM ist mein persönliches Lieblingsprodukt, weil der Weg, wie sie sich fühlen, ist der absolute Wahnsinn. Ich kann mir so viel sagen, vielleicht kennen Sie den Film Limitless mit der Kapsel, wo man dann plötzlich 100% seiner Gehirnfunktion aktivieren kann. Also AM fühlt sich ungefähr so an. Nicht ganz so krass, aber ungefähr so. Sie werden das merken, also ich persönlich merke viele, viele Dinge, aber probieren Sie das selber mal aus. BM sorgt dafür, dass sie besser schlafen und dadurch natürlich, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich viel intensiver träume. Oft ist es so, dass wir von unseren Kindern hören, dass sie alles geträumt haben, aber wir als Erwachsene oft gar nicht mehr wissen, was wir träumen, ob wir träumen und dass wir sowieso nicht mehr wirklich tief schlafen. Und das ist genau das, was sie bei PM wirklich hier als Unterstützung bekommen. Ja, letztes Produkt im Bereich Ernährung ist unser ZenBuddy. Unser neuestes Produkt, was wir bei Jeunesse vorgestellt haben. Ein komplettes Workout, Weight Loss und Fat Burner Programm. Es gibt einen Shake, Aminosäuren und Kapseln, die in ihrem Körper den Metabolismus anregen, den Körper mit essenziellen Aminosäuren versorgen und natürlich auch Fettzellen reduzieren. Und auch hier habe ich Ihnen ein Video mitgebracht, um zu erkennen, wie die Wirkweise von Zen ist und was es so anders macht. Neue wissenschaftliche Untersuchungen haben das lang verborgene Geheimnis hinter Übergewicht und unkontrollierter Gewichtszunahme entschlüsselt. Das Ergebnis ist schockierend. Statistiken zeigen, dass es weltweit einen alarmierenden Anstieg dieser Probleme gibt. Die traurige Realität ist, das kann jedem von uns passieren. Die Experten entdeckten, dass Fettzellen einen lebenswichtigen Bodenstoff produzieren, das Leptin. Leptin ist ein Hormon, das Appetit und Stoffwechsel kontrolliert. Es beeinflusst das Gehirn so, dass dieses im Körper das Verlangen nach Nahrung stoppt und durch die Verbrennung von Fettzellen Energie entstehen lässt. Das Problem, Fettzellen können infektiöse Moleküle ausschütten, die C-reaktiven Proteine. Wenn diese an Leptin andocken, ist die Information blockiert, die das Gehirn braucht, um dem Körper mitzuteilen, dass er satt ist. Der Stoffwechsel ist nicht mehr im Gleichgewicht. Im Körper entsteht Chaos und damit der Teufelskreis der unerwünschten Gewichtszunahme, was zu extrem niedriger Energie führen kann, zu schlechter Haltung, massivem Übergewicht, Herzerkrankungen und Diabetes. Könnten wir unseren Stoffwechsel wieder ins Gleichgewicht bringen und damit dem Leptin erlauben, optimal zu arbeiten, so würde dies massiv zur Regulierung von Appetit und Fettverbrennung beitragen. Der menschliche Körper ist das höchst entwickelte System der Welt. Eine so moderne Maschine erfordert moderne Lösungen, damit ihre natürliche Ordnung wiederhergestellt werden kann. Diese synergetische Formel wurde entwickelt, um das globale Problem endlich in Angriff zu nehmen und die essentielle Grundlage für Fettverlust zu schaffen. Mit signifikantem Fettabbau, wirksamer Appetitkontrolle und dem Aufbau kräftiger, flexibler Muskulatur. Unser Körper findet zurück zu ausgeglichener Balance und funktioniert in perfekter Harmonie. Er wird stärker, er wird schlanker, er wird jünger. Der Körper wird perfektioniert. ZENBODY ZENBODY Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir mit den Produkten durch. Aber es gibt natürlich noch diese eine Sache, die ich Ihnen zeigen möchte. Und zwar geht es um unser viralstes Produkt. Um das Produkt, von dem Sie sicherlich schon mal gehört haben, was international gerade für Aufruhr sorgt. Und das ist unser Instantly Ageless. Instantly Ageless ist ein Peptid, welches sich Arigilin nennt und welches in einer kleinen Creme zur Verfügung gestellt wird. Und diese Creme bewirkt tatsächlich Wunder. Wenn ich Ihnen sagen würde, dass Sie innerhalb von nur zwei Minuten sämtliche Augenringe, Falten oder sonstigen farblichen Veränderungen in Ihrem Gesicht wie von Zauberhand entfernen könnten, dann würden Sie es mir nicht glauben. Und deswegen zeige ich Ihnen hier mit Abschluss das letzte Video für heute. Die Zauberhande 10-15% damp on the skin. Do not rub it all the way in, because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the... You haven't seen anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative, maintenance, and all the good stuff first. What do you see? What are you thinking? What are you thinking? What are you thinking? Can you imagine, which business you can build with a unique product, which you have to deal with two minutes not only explain, but just show you. And that is what we've done with Instantly Ageless here. We've already, after, and we've already had no end. Das hier sind wieder Live-Beispiele von Menschen, die bei uns persönlich im Team sind und versuchen sie es einfach selber. Die Produkte von Jeunesse sind der absolute Wahnsinn und Sie sehen hier nochmal die komplette Produktpalette, sogar inklusive unserem internen Produkt Monavi, ein Premium Acai-Saft, welcher lediglich nur für Vertriebspartner zu bestellen ist. Ja, ich möchte jetzt komplett einmal die Seitenwechsel mit Ihnen über das Business sprechen und Ihnen die sechs Einkommensströme von Jeunesse erklären. Ich möchte Ihnen einen der progressivsten, aggressivsten Marketingpläne unserer Zeit vorstellen. Einen Marketingplan, der Jeunesse geholfen hat, in vom ersten Jahr von diesem 30 Millionen Dollar Umsatz auf über 68 Millionen im zweiten Jahr zu gehen, auf über 128 Millionen im dritten Jahr zu gehen, auf über 256 Millionen im vierten Jahr zu gehen, auf über 419 Millionen in 2014, auf über eine Milliarde US-Dollar, meine Damen und Herren, in 2015 zu gehen und damit die schnellste Umsatzmilliarde in der Geschichte des Network-Marketing zu erreichen. Und hier liegt Ihr Vorteil, Ihr Benefit, bei diesem Unternehmen heute starten zu können. So, wie erreichen Sie jetzt ein Einkommen in diesem Business? Erster Punkt, Sie können mit Gewinn verkaufen. Und das ist natürlich wichtig, weil wenn Sie Produkte verwenden, Ihre Freunde, Ihre Bekannten, wenn ich rausgehe und benutze meinen Shake oder benutze verschiedene Sachen, dann wollen Leute wissen, wo kann ich das kaufen? Ja, es gibt ein Mädel bei uns in der Organisation, die ist 22 Jahre alt, die ist zu ihrer Friseurin gegangen und hat gesagt, ich zeige dir zwei Minuten Instant V-Aidless. Die Dame hat das an ihrer Auszubildenden gesehen, hat gesagt, alles klar, ich möchte es gern zehnmal haben. So, da hat die Dame aber in zehn Minuten ungefähr 420 Euro verdient. Warum? Weil sie 40% auf jedes Produkt verdienen. Und so haben Sie zum Beispiel hier bei einem Serum das Beispiel, dass sie zum Beispiel für 51 Dollar verdient, das ist jetzt der amerikanische Preis, aber in Deutschland ist es ungefähr das gleiche. Das heißt, haben Sie Produkte zu Hause, geben Sie es weiter und verdienen Sie eine Marge oder aber tragen Sie Ihre Kunden bequem auf Ihrer Website online ein und Sie bekommen die Marge von Jeunesse ausgeschüttet. Zweite Möglichkeit, um wirklich eine Dynamik in Ihrer Organisation aufzubauen, ist es, Sie können gratis unser Top-Flaggschiff-Produkt, das Cellular Rejuvenation Serum, bekommen. Der Weg, wie das funktioniert, ist ganz einfach. Schreiben Sie zwei Vorzugskunden ein. Ein Vorzugskunde ist jemand, der sagt, okay, ich probiere einmal das Serum aus oder ich probiere einmal das Reserve aus. Der Vorzugskunde bekommt dafür 25% Rabatt. Das heißt, es ist sehr einfach, jemanden für irgendwie 84 Euro netto mal eben ein Produkt ausprobieren zu lassen und jedes Mal, wenn Sie das zweimal machen, bekommen Sie Produkte im VK-Wert von nahezu 300 Euro, nämlich zwei Serums, gratis. Und das Ganze können Sie mal Ihre Kunden machen und sorgt natürlich damit für die totale Explosion. Jeder kann zwei Kunden finden, die das mal ausprobieren mit Rabatt und dann dafür gratis Produkt zu bekommen, ist Wahnsinn. Übrigens zahlt Ihnen die Firma dann sogar noch 50 Dollar obendrauf jedes Mal, wo Sie das machen. Das ist also ein ganz einfacher Weg, nicht nur gratis Produkte zu erhalten, sondern sogar noch 100, 200, 300 Dollar zusätzlich zu verdienen im Monat. So, jetzt geht es rein in den Organisationsaufbau. Und meine Damen und Herren, ich habe damals persönlich seit 17 Jahren Network Marketing kennengelernt. In den letzten 13 Jahren hat sich für mich eine Welt aufgetan, für mich hat sich mein Leben verändert, meine Träume nicht nur erreicht, sondern vervielfacht. Und heute habe ich ganz neue Träume, ganz neue Dinge, weil Network Marketing ein unlimitiertes Geschäftsmodell ist. Und deswegen schauen Sie sich das bitte an. Es gibt einen Neukundenakquisebonus, das bedeutet einfach nur, wenn Sie neue Partner ins Geschäft eintragen, die ein Paket kaufen zum Start, weil Sie ja Produkte brauchen, ist entsprechend ein Bonus da drin, für Sie einkalkuliert, den Sie verdienen dürfen. Aber ich möchte mit Ihnen einfach mal auch noch die dritte Einkommensvariante nehmen, nämlich die Teamprovision und damit ein komplettes Beispiel mit Ihnen erarbeiten. Schauen wir uns das ganz kurz an. Nehmen Sie sich vor, Sie sind hier oben, das sind Sie und Sie starten in Ihrem Business. Sie entscheiden sich für eins der Pakete auf der linken Seite. Meine persönliche Empfehlung, gehen Sie mit dem Ambassador-Paket rein oder nehmen Sie das One-Year-Jumbo. Ich komme aber später da nochmal drauf zu sprechen. So, Sie sind also oben in Ihrer Organisation. So, jetzt haben Sie die erste Person auf der linken Seite, zum Beispiel Frank. Frank entscheidet sich auch für das Ambassador-Paket. Jetzt verdienen Sie 250 Dollar Bonus und Sie bekommen 500 Punkte, 500 CV auf Ihrer linken Seite. CV steht für Commissionable Volume, okay? So, auf Ihrer rechten Seite haben Sie jetzt zum Beispiel Julia und Julia startet mit dem Supreme-Paket. Da gibt es 100 Dollar Provision für Sie. Das heißt, Sie haben jetzt zweimal Provision verdient und haben 300 Punkte auf der rechten Seite. Das Tolle an diesem Plan ist, dass Erfolg auf Erfolg aufgebaut ist. Bedeutet, Sie unterstützen Ihr Team, wiederum erfolgreicher zu werden. Und so haben Sie zum Beispiel auf Ihrer linken Seite jetzt Paul und Tobi, die ebenfalls das Supreme-Paket nehmen. Und dadurch haben wir insgesamt jetzt auf der linken Seite 1100 Punkte und 300 Punkte auf der rechten Seite. Jedes Mal, wenn Sie 600 Punkte auf einer Seite haben und 300 auf der anderen, dann verdienen Sie einen Cycle. Dieser Cycle entspricht 35 Dollar. Es ist also wirklich sehr, sehr einfach zu verstehen, wie man hier Geld verdient. In diesem Falle würde von der starken Seite, also von der linken Seite, 600 Punkte abgezogen, 500 bleiben stehen. Auf der rechten Seite werden die 300 abgezogen und da sind derzeit keine weiteren Punkte. Das heißt, das System cyclet auch nicht weiter, weil es sind keine Punkte auf der rechten Seite. Wir müssen also jetzt vorangehen, Ihr Team weiter aufbauen. Zum Beispiel ein Meeting mit Julia vereinbaren, Ihre Freunde kennenlernen und deren die Produkte vorstellen. Und so haben wir zum Beispiel Mark und Tina, die hier mit Supreme und Jumbo-Paket starten. So, jetzt haben wir plötzlich 700 neue Punkte auf der rechten Seite plus die alten 500 auf der linken. Und sofort kann wieder ein Cycle ausgelöst werden. Dieses Mal erkennt das System aber, dass die 600 Punkte von der rechten Seite genommen werden, weil das jetzt die starke Seite ist mit 700 Punkten. Und auf der linken Seite nur die 300, sodass Sie mit 200 links und 100 rechts verbleiben und die nächsten 35 Dollar verdient haben. Und das, meine Damen und Herren, ist die Power von einem binären Vergütungsplan, der in der unendlichen Tiefe bezahlt. Denn jetzt rechnen Sie sich das mal hoch, wenn Ihre Organisation größer wird und tiefer. Schauen Sie, Sie verdienen die gesamten Punkte, egal wie tief in der Organisation die Punkte entstehen. Es kann in Ihrer eintausendsten Ebene eine Organisation in den Philippinen sein. Es spielt keine Rolle. Und das hat mir damals die Sicherheit gegeben und gesagt, okay, es ist kein Schnellreichwerden-System. Man muss auch hier lernen, man muss arbeiten, man muss Leute treffen. Aber wenn man einfach nur begeistert ist, wenn man einfach nur lernt, wenn man einfach nur mit Leuten spricht, wenn man einfach nur Leuten hilft, wenn man einfach nicht aufhört, dann wird man früher oder später Menschen finden, die hungrig sind, die lernbereit sind und die Charakter haben, wirklich mit Leuten was aufbauen wollen. Und dann haben Sie hier eine Geldmaschine. Das kann man anders gar nicht beschreiben. Und das Ganze, es geht natürlich weiter und Sie bekommen diese Punkte auf alle Team-Umsätze. Also Startpakete, Autoships, Einzelbestellungen, Kundenbestellungen und das Ganze in unlimitierter Tiefe. Also jede Bestellung läuft in Ihren Baum. Aber damit nicht genug. Es gibt insgesamt natürlich sozusagen die Möglichkeit, viel, viel mehr Cycles zu verdienen als die zwei in unserem Beispiel. Sie können bis zu 750 Teamprovisionen verdienen pro Woche, was dann in dem Fall 26.250 Dollar entsprechen würde. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, über 100.000 Dollar in diesem Einkommensweg der Teamprovision zu verdienen. Und es gibt bereits mehr als 100 Leute, die sogar dieses Limit schon erreicht haben. Und ich weiß, dass für die Normalsterblichen das nicht das Problem ist. Das heißt, verwirklichen Sie sich hier und bauen Sie ein großes Business auf. Aber es ist noch nicht alles. Einkommensweg Nummer 4 bringt Ihnen einen Führungs-Matching-Bonus. Und das war eine Sache, als ich die gesehen habe, da bin ich wirklich absolut begeistert. Weil ich möchte einfach, dass Fleiß bezahlt wird. Und es ist hier so, je mehr Leute Sie persönlich einschreiben. Nehmen wir mal Frank, Julia und Tina. Die sind natürlich in dem Baum irgendwie untereinander. Weil es gibt ja nur rechts und links. Und wenn da schon voll ist, wird einfach drunter geschrieben. Aber zu Veranschaulichungszwecken sehen Sie jetzt mal einfach alle drei hier direkt. Weil das System weiß natürlich, dass Sie drei Leute eingeschrieben haben. Und zwar Frank, Julia, Tina. So jedes Mal, wenn Frank in diesem eben genannten Teamprovision-Bonus Geld verdient, dann matchen Sie das mit 20%. Also Beispiel, Frank verdient 1.000 Dollar Team-Commission, dann verdienen Sie 200. Julia verdient 2.000 Dollar Team-Commission diese Woche, dann verdienen Sie 400. Tina verdient 500 und Sie bekommen 100. Verstanden? Das heißt, jedes Mal, wenn Sie jemanden ins Business bringen, dann ist es für Sie nicht nur ein neuer Partner, ein neuer Freund, eine neue Möglichkeit, ein Leben besser zu machen, sondern auch für Sie eine garantierte Einkommensbeteiligung für den Rest Ihrer Karriere bei Genest, die hoffentlich den Rest Ihres Lebens und sogar Ihre nächste Generation beinhaltet. Das heißt, wer mit diesem Bonus nicht rausgeht und sofort Leute einschreibt, dem kann ich auch nicht mehr helfen, weil das ist natürlich jetzt die Marktverteilungsphase. Und sich hier langfristig 20% auf Einkommen zu sichern, ist der absolute Wahnsinn. Und stellen Sie sich mal vor, Sie haben jemanden, der richtig erfolgreich wird. Dann macht es natürlich extrem viel Spaß. So, jetzt ist es so, Frank, Julia und Tina bauen natürlich auch Ihr Team auf. Zum Beispiel haben Sie im zweiten Level Paul, Tobi und Marc. Und glauben Sie, folgende Geschichte wahrscheinlich nicht, weil es wirklich zu gut klingt, um wahr zu sein. Aber Sie bekommen auch hier nochmal 15% auf deren Einkommen. Und weil es so schön ist im dritten Level nochmal 10% auf deren Einkommen. So, das Ganze hat natürlich was mit Stufen zu tun. Sie müssen den Marketingplan nach oben kommen. Lassen Sie sich hier individuell beraten. Aber Sie brauchen sich gar nichts für den Kopf machen, denn das funktioniert eh alles vollautomatisch. Und auch wenn Sie das jetzt nicht verstehen, ist nicht wirklich wichtig. Denn Sie bekommen hier zusätzliche Bonis. Und das ist entscheidend. Es gibt sogar im vierten Level noch 5%. Im fünften, sechsten, siebten Level ebenfalls 5%. Das heißt, wir haben hier nochmal einen kompletten Matching von der ganzen Situation. Und das ist natürlich absolut fantastisch. So, dann geht es weiter. Sie sehen hier, es gibt einen kompletten Karriereplan. Sie sehen hier, wie sich diese Prozentsätze aufbauen. Und wie gesagt, sprechen Sie mit demjenigen, der Sie eingeladen hat, der Ihnen helfen kann, wie Sie einfach eine Stufe nach der nächsten erklimmen können. Und ich wünsche Ihnen dabei jetzt schon viel, viel Spaß. Kurz noch zur Ergänzung. Sie haben die Möglichkeit, Ihre ersten Level 20% auf 25% oder sogar 30% zu erhöhen. Und glauben Sie, das Einzige, was Sie dafür machen müssen, sind 5 oder 10 Personen ins Business zu bringen, die monatlich mit einem aktiven Autoship beliefert werden. Und schon sind Sie hier im 25 oder 30% Status. Ist also eine Sache, die ich Ihnen empfehlen würde, so schnell wie möglich zu machen. Starten Sie, schreiben Sie Ihre ersten zwei Leute ein, damit Sie aktiv sind, links und rechts qualifiziert. Und jetzt bringen Sie die ersten 5 und dann die ersten 10 rein. Und schon sind Sie hier bei 30%, wenn Sie dafür sorgen, dass Ihre Partner oder aber Ihren Kunden, weil die gelten ganz genauso, hier monatlich auch Belieferungen sind. Und so bilden Sie sich auch dann Ihr residuales Passiveinkommen. Ich möchte an der Stelle auch noch einmal erwähnen, dass eine erfolgreiche Organisation auf Endkunden und Geschäftspartnern basiert. Es ist wichtig, dass Sie auf der einen Seite Kunden haben, die die Produkte lieben. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, dass Sie natürlich die richtigen Partner für Ihr Business finden. Schauen Sie, Ihr Job ist es, dieses Geschäft vorzustellen oder diese Präsentation zu nutzen, um Menschen das Geschäft zu zeigen. Ihr Job ist es, Menschen die Produkte vorzustellen, ihre Story zu erzählen, Resultate zu präsentieren oder helfen, Resultate zu erzeugen. Aber dann ist es die Entscheidung des Partners oder des Gegenübers, ob er sagen will, okay, ich möchte gerne Produkte kaufen als Kunde oder aber ich möchte ins Geschäft involviert werden. Und ja, das ist im Prinzip der Weg, wie Sie sich hier die 25 und 30% sichern können. Letzter Einkommensweg ist unser sogenannter Diamant-Bonus-Pool. Und das ist natürlich eine Sache, die für nur ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt reserviert ist. Aber wenn Sie zu diesen Menschen zählen und diese prestigious Position des Diamond erreichen mit 1000 Seiten im Monat, dann verdienen Sie zusätzlich jedes Quartal eine Beteiligung an 3% des Weltumsatzes. Und das können Sie sich mal ausrechnen, letztes Jahr war der Weltumsatz eine Milliarde davon, 3%. Teilen Sie das mal durch etwas über 100 Diamonds. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß beim Träumen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat diese Präsentation gefallen und Sie haben verstanden, wie kraftvoll die Produkte und auch der Vergütungsplan von Genessin. Sie sehen oben unser Logo, das Unity Global Team. Team Unity Global, global arbeiten gemeinsam. Schauen Sie auf unsere Website, teamunityglobal.com. Unity Global ist ein Zusammenschluss von Liedern, die sagen, wir möchten gerne ehrliches, authentisches, aber High-Performance-Network-Marketing arbeiten, bei denen der Mensch im Vordergrund steht, bei denen die Emotion, die Leidenschaft, das Miteinander im Vordergrund steht, aber wo wir ganz klare Ausbildung und Struktur liefern, um zum Network-Marketing-Professional zu werden, sodass wir gemeinsam die Kunden-Incentives, die Reise-Incentives, die Trainings, die Konferenzen und die globalen Möglichkeiten, die Sie auf der Folie sehen können, erleben können. Es gibt vier Schritte, um erfolgreich zu starten, die ich Ihnen zum Abschluss hier weitergeben möchte. Erster Schritt, registrieren Sie sich als Vertriebspartner. Das kostet 30 Euro, lassen Sie sich von demjenigen helfen, der Sie eingeladen hat, rufen Sie ihn jetzt an, tragen Sie sich ein und das Thema ist erledigt. Sie bekommen dann Ihre eigene Webseite mit Online-Shop, Ihr Backoffice-System, Link zum Teamaufbau, Marketing-Tools und so weiter und so fort. Schritt Nummer zwei, Sie brauchen jetzt Produkte. Natürlich brauchen Sie Produkte, denn A, müssen Sie selber auf die Produkte, damit Sie auch authentisch sind. Bitte, wenn Sie die Produkte nicht mögen, wenn Sie die Produkte nicht interessant finden, bitte steigen Sie nicht in unser Geschäft ein. Wir brauchen nicht unbedingt neue Leute. Wir suchen wirklich Fans von Jeunesse, wir suchen Fans von solchen Produkten. Wir suchen Ambassadors, Leute, die sich wirklich dahinter stellen und sagen, wir promoten dieses Ding gemeinsam richtig groß. Stehen wir Ihnen kurz durch die Produktpakete durch. Kleinstes Paket, was wir haben, ist das sogenannte Basic-Paket. Das Basic-Paket ist wirklich für Leute, die sagen, ich bin doch gar nicht sicher, ob ich das Business machen will, aber ich möchte mal den besten Preis mir sichern, ich will die Position haben und ich möchte mir vor allem den Einkaufsvorteil sichern. Und dann bekommen Sie die meistverkauften Produkte, die Jeunesse hat, nämlich ein Ageless in der komplette Packung, einmal Reserve und das Serum zum absoluten Sensationspreis von 174,53 Euro im Großhandel plus Mehrwertsteuer, wobei der Verkaufspreis bei über 352 Euro liegt. Sie sehen also hier einen absolut spannenden Preisvorteil. Und 25 Dollar gehen an den Bonus und 100 Punkte gehen ins System. Gehen an den Sponsor und 100 Punkte gehen ins System. Zweites Paket ist das Supreme-Paket. Meine Empfehlung nehmen Sie mindestens das. Mindestens das. Weil hier haben Sie ein paar mehr Produkte, die Sie nutzen können zum Ausprobieren. Dann gibt es das Jumbo-Paket. Das Jumbo-Paket, das ist jetzt wirklich ein größeres Paket. Dieses Paket ist wirklich, wenn Sie mit der Family mal alle auf die Produkte gehen wollen, wenn Sie wirklich jedes Produkt irgendwie einmal mehr oder weniger haben wollen, ja, alles bis auf AM, PM und bis auf die Maske, glaube ich, ist hier drin. Schauen Sie es sich aber genau an, steht alles genau in der Liste. Und hier haben Sie natürlich schon wirklich tolle, tolle, tolle Möglichkeiten. Meine Empfehlung, wie schon gesagt, ist allerdings das Ambassador-Paket. Ambassador-Paket ist nicht nur der beste Discount, weil schauen Sie mal, Sie kaufen hier einen für 914 Euro netto und haben einen Verkaufspreis von 1681 Euro brutto. Sie bekommen auch die größte Anzahl an Produkten. Sie haben tatsächlich eine Riesenauswahl. und Sie bekommen, schauen Sie unten links, den Sapphire-Bonus-Status für 180 Tage. Bedeutet, was ich Ihnen eben erklärt habe, den 20, 15 und 10 Prozent, die bekommen Sie ab dem ersten Tag und müssen nicht warten, bis Sie die Sapphire-Position erreicht haben. Ja, es gibt noch ein letztes Paket, welches natürlich so der Ferrari unter den Paketen ist, und zwar ist es das One-Year-Jumbo-Paket. Schauen Sie, der Vorteil von dem Paket ist, es ist im Prinzip ein Ambassador-Paket, aber Sie bekommen noch außerdem das komplette Jahr bereits prepaid. Ich habe Ihnen ja ganz am Anfang gesagt, dass Sie monatlich ein Produkt von 60 Punkten bestellen müssen bei Genes, um einfach aktiv zu sein, oder aber Kunden haben müssen, die 60 Punkte bestellen, um aktiv zu bleiben. Und meine Geschichte ist natürlich die, wenn Sie ein komplettes Prepaid-Business outbauen möchten, auch Ihren Partner wiederum mit einem One-Year-Jumbo sponsern können, sodass alle das komplette Jahr bereits vorbezahlt haben, dann haben Sie natürlich ein absolutes Stress-Free-Business, weil Sie müssen nie wieder Geld in die Hand nehmen, und Sie haben natürlich trotz allem für ein komplettes Jahr immer wieder Volumen, was in Ihrem System entsteht. Ja, lange Rede kurzer Sinn, meine Empfehlung, nehmen Sie das Ambassador-Paket, wenn Sie, ja, die smarte Variante gehen wollen, oder wenn Sie sagen, nee, ich will alles, dann gehen Sie ja mit dem One-Year-Jumbo. Wenn Sie gar nicht sicher sind und nur reinschnuppern wollen, dann nehmen Sie das Basic-Paket oder das erste Paket, das Supreme-Paket, dass Sie einfach mal wirklich eine kleine Auswahl zum Ausprobieren haben. Sie werden wissen, wie Sie starten wollen, und das ist tatsächlich jetzt auch die Frage, mit welchem Paket möchten Sie starten? Und wenn Sie es gar nicht wissen, dann machen Sie es wie ich, nehmen Sie das größte Paket, das ist immer eine sichere Variante, sich gut zu positionieren. Der nächste Step, aktivieren Sie Ihr Autoship. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein stabiles Autoship die Basis zum Erfolg ist. Wenn Sie eine große Organisation haben, in drei Monaten, in sechs, in zwölf oder vier, zwanzig Monaten, dann möchten Sie, dass alle Ihre Partner automatisch beliefert werden. Sie möchten auch aktiv bleiben, Ihre Punkte erhalten und Geld verdienen, und das ist durch Autoship ganz, ganz einfach erreichbar. Schalten Sie es einfach direkt an, wenn Sie sich registrieren, und das Tolle ist, Sie haben hier keinerlei Verpflichtung, Sie sind nicht gebunden für sechs Monate oder zwölf Monate, sondern Sie haben jederzeit die volle Kontrolle. Ja, und damit bleibt eigentlich nur noch zu sagen, starten Sie Ihr E-Business, registrieren Sie sich heute, und wenn Sie diese Schritte durchlaufen haben, dann müssen Sie einfach nur noch zu unserem Ausbildungstag kommen. Und das ist wirklich ein Tag voller Spaß und Freude. Es gibt unglaubliche Seminare und Termine, die wir hier in Unity Global anbieten. Es gibt unglaubliche Sprecher und Personen und Persönlichkeiten in Genes. Lernen Sie das Team kennen, und glauben Sie mir, das wird einer Ihrer bevorzugten Momente werden. Alle tollen Momente und Dinge, die ich erlebt habe in diesem Business, waren auf Events, waren auf Schulungen, waren dort, wo man mit gemeinsamen Menschen, mit Leuten, die in die gleiche Richtung schauen, ein großes Ziel verfolgt und aufbaut. Und wir sind gerade in Unity Global in einem 90-Day-Run. Bedeutet mit anderen Worten, wir sind all in. Der Gedanke ist der, was wäre, wenn Sie sich zum Start Ihres Geschäftes mal drei Monate nehmen und sagen, für 90 Tage schiebe ich mal alle Ablenkungen auf die Seite, für 90 Tage höre ich mal auf klein zu denken, für 90 Tage sage ich meinen Freunden, meiner Familie, seid mir nicht böse, ich habe euch lieb, aber ich muss was Bedeutendes tun, denn ich möchte mein Leben verändern. Und wenn Sie das tun, für 90 Tage jeden Tag, sich involvieren, begeistert sind und wirklich Produkte nutzen und Produkte teilen und Ihren Terminkalender füllen und sich Hilfe holen bei den Menschen, die bei Ihnen in der Organisation sind, die Personen, die Sie eingeschrieben haben, dann ist tatsächlich alles möglich. Und wir rennen, wir laufen mit Vollgas auf dieses Event. 16. und 17. April 2016, die Jeunesse University in Rom, Italien. Tausende von Menschen, die aus Europa zusammenkommen für Jeunesse, sorgen für eine unglaubliche Atmosphäre und die Frage ist, wer möchten Sie sein? Wer möchten Sie sein in Rom? Wollen Sie eine Position haben? Möchten Sie eine gewisse Anzahl Leute da haben? Wollen Sie sich selber herausfordern, in dieser Zeit einmal im Leben 100% zu geben? Alles ist möglich. Ich freue mich drauf, Sie hier an der Jeunesse University in Rom im April sehen zu können. Und mit diesen Worten verlasse ich Sie für heute. Es war mir eine Ehre, in Ihr Leben sprechen zu dürfen. Nehmen Sie diese Chance wirklich ernst. Sehen Sie dieses Webinar nicht wie im Kino und sagen, oh super, und klicken jetzt woanders, auf YouTube oder online oder sonstiges, sondern lassen Sie sich dieses Zitat von Mark Twain durch den Kopf gehen. In 20 Jahren wirst du mehr enttäuscht sein über die Dinge, die du nicht getan hast, als über die Dinge, die du getan hast. Also setze die Segel und fahre deinen Träumen entgegen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag. Kontaktieren Sie jetzt die Person, die Sie hier auf dieses Webinar eingeladen haben und machen Sie einen Gameplan. Nehmen Sie es ernst. Natürlich würden Sie sich wünschen, Sie hätten schon vor 5 Jahren gestartet, aber heute ist der Tag und in 5 Jahren wünschen Sie sich, Sie hätten heute gestartet. Aus diesem Grund, ich wünsche Ihnen nur das Beste und alles Gute. Bis dahin, Ere den Feier.